3, 2, 1 und ein herzliches Willkommen beim Mappedeck T20 Skilltest vom Movie Ego Movie Go Movie Go Oder Movie Ego Ist egal, wir nehmen unseren getunten T20 Ist auf jeden Fall eine Map mit wenig Spielanheiten, wenig Prozenten Aber das liegt eigentlich nur daran, ja, irgendwie 30 Einheiten gespielt, davon haben wir 18 negativen Werte Ja und ich starte direkt in so einen Pöller Ja, äh, ich hab's vergessen hatte, das Bäumchen ist wieder mit dabei Waffen sind freigegeben, aber wir haben vorhin gesagt, Gentleman Agreement, wir schießen uns nicht ab So, jetzt hab ich mich aufgepasst, wie das da oben aussieht, ja, willkommen im Club, erstmal drüber fliegen Ja Wait Erstmal drüber fliegen Alter Schwede, das hat nichts mehr mit Skilltest zu tun Es ist schon eine Ehre, wenn man die Elemente mehrmals fahren darf. Also ich bin mir sicher, dass er das extra gemacht hat, um diese schönen Elemente mehrmals fahren zu können. Du bist bestimmt voll gegen die Kante geklatscht, um einfach da oben drauf zu kommen, richtig? Äh, ja, so halb. Ähm, du musst beim nächsten übrigens auch oben raus, da sind es wieder so. Nee, ich runterfahnd hier dran. Danke. Äh, oben raus? Ja, also die Ausfahrten sind immer komisch aus dem Arm, also immer ganz weit oben halt. Okay, also in die Röhre rein, da hab ich hingekriegt. Oh, erstmal gucken wieviel Punkte, 8 von 11 haben wir? Ist das denn fucking ernst? Oh, das ist wahrscheinlich viel kurz, dass wir testen. So, und wenn ich aus der Röhre raus will, dann drehe ich mich natürlich genau in die verkehrte Richtung. Alter, wie scheiße hat der denn die Dinger da zusammengesetzt? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Diese Brücke hat der Titel in diese gute Bremse. Oh, 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 oh. Wenn ich da jetzt explodiert wäre, ey. Mein schönes Auto komplett zerschrammelt oben rum. Ja, wie Geronimo. Oh, 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 oh. Oh. Erstmal krasses Abgang gemacht. Ja. Oh, 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 oh. Was ist das? für ein Gramm vier. Ich muss doch mal Glück haben, wenn ich da hoch fahre. Ja, wo bist du denn? In der senkrechten Röhre? Ja, in dieser komischen Tube. Ne, mit dem Aussortierer. Ah, ok. Oh, das ist so früh. Da war jetzt frei, so. Da ist ein Fill, noch ein Fill, noch ein Fill, ok. Ok, also eins, zwei, drei und mein Zeichen. Und gegengehämmert. Man sieht das doch, wenn das aufgehört, oder? Ja, aber dann kann ich, also so spät kann ich nicht starten. Ich muss halt eher starten. So. So, durch. Da habe ich mir jetzt aber ein King gebracht, ey. Lass mich raten, weiter springen. Ja. Aber dann kann man nicht starten. Ja. Ja, ich habe es gesehen, wohin ich muss. Aber danke für die Leuchtraketen. Bitteschön. Lass mich raten, wir müssen den Weg oder den Nebenweg nehmen. Den Weg, ist egal welchen. Alles gleich. Toll. Jetzt bin ich reingerutscht. Also. Schwer war es nicht. War nur doof gebaut. Ja. Ja. War nicht so doll. Ne, war so vier, ne? Ja. Viel zu kurz und viel, ist viel zu viele blöden Elemente. Von daher, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Tschüss.